Hey Linder Drecksack, verpiss dich, ja? Ich hab diese Blumen hart irgendwo aufgesammelt, mitten irgendwo. Ist bloß die große Frage vom Gras für im Winter? Okay, ich hab vier Sachen, glaub ich, ne? Brauchen wir nicht fünf? Ich schau mir erst mal hin, was die sagt. Ah, gebutten und des? Grünkohl, Schneeglöckchen, Teeblatt. Äh. Grünkohl, Schneeglöckchen, Teeblatt. Das eine, was ich gefunden hab, interessiert keinen Schwein, Alter. Ist die Frage, wo krieg ich ein Schneeglöckchen her? Die wachsen ja auch scheinbar nicht einfach überall. Ich mein, ich würde die Schneeglöckchen doch sehen. Wir porten uns mal runter. Äh, genau da hin. Alter, und sie rennt halt, wow. Ja, okay, wow, es sind Heldblumen hier, aber nicht das, was ich gesucht hab. Stiefmütterchen, ja toll. Warum fack ich Schneeglöckchen, kein Stiefmütterchen? Huh. Huh. Vor allem, warum wird auch diese Aubergine nicht genommen? Ich seh halt auch echt nicht so irgendwie eins. Oh, da kommen die Schneeglöckchen erst später vor. Der hat neue Sachen. Mami Scarecrow, Hardrop Outfit, Ultimate BBF Shirt, blaue Kapuze. Hm, da waren wir überall. Der eigentlich auch. Okay, da können wir jetzt noch irgendwie talken. Talk, talk. Du wunderst dich, was dafür... Hä? Ich konnte doch mal sogar rufen. Okay. Schau, du bist dann schon als Dunkelzell. Natürlich nicht, ich dachte es mir fast. Wart mal eine Runde hier. Okay, es ist dunkel, es ist fast 19 Uhr. Es müsste doch was passieren, oder? Oder ich muss einen Tag warten und es geht erst am nächsten Tag. Oh ne, doch ne. Sei gegrüßt. Vor uns liegt das goldene Schneckenhorn, einer der Fakt von äußerst historischen spirituellen der Wichtigkeit in unserem Königreich. Das Geist des Korallenbaums herbeirufen kann. Äh, ah, okay, das werden wir schon jetzt. Please do carry it, bla. Ja. Die wurde keine geringere Aufgabe übertragen, nehmen wir Vertrauen darauf, dass du sie mit derselben Mut und selben Entschlossen hinterlegst, die du bis jetzt an den Tag gelegt hast. Nimm das Schneckenhorn und blase drei Sekunden lang hinein. Nicht länger, nicht kürzer. Und wenn ich zu lange reinblase, versucht er uns dann umzubringen, der Geist. Gut, dass er halt auch keinen Sound macht oder so. Geduld, Leute. Das Url der Magie und das Wirken der Göttin, wir müssen darauf vertrauen. Na, jetzt macht's was. Das ist ein Rochen. Versucht er Steve Irwin zu killen? Entschuldigung. Ähm, da steht die Link? Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, ist das Bettrochen? Ist das ein Vogel? Ja, da stehen halt echt irgendwelche Soundeffekte oder so. Aber jetzt weiß man auch warum die Dinger da überall stehen. Ich dachte, das ist halt Deko oder so. Ich weiß nicht mal wo das ist. Ähm. Okay, cool. Aber jetzt natürlich, dass die wohl mit diesem kleinen Robo Viech ständig mit mir rumfährt. Oh ja, das schaut doch schon viel geiler aus, wenn hier mal der ganze Scheiß weg ist. Obwohl es immer noch Müll gibt. Äh, das geht nicht. Äh, das geht nicht. Aber jetzt passiert zu uns nichts. Gehen wir mal zurück und pennen. Wenn am nächsten Tag nichts passiert, ich denke mal, dann sollte man das mit einem Minenangriff nehmen. Warte, wie alles leuchtet. Die haben schon echt Hardcore-Beleuchtung und keine Ahnung was nicht alles. Holy shit. Was ist denn der Hund eigentlich immer oben? Tierzucht, tauchen, fangen. Fangen? Ach, deine Feuerqualität 518, wenn was zur Hölle geht ab. Verdammt, da war nochmal eine. Mist. Ah, da links. Das ist bloß ein Gold-Meteorit. Oh. Bronze-Meteorit. Ja, ist ganz cool, aber... Ich meine, Bronze kann ich schon brauchen wegen manchen Sachen, aber trotzdem. Große Wolle, ja nur noch 5. Oh ja, stimmt, da müssen wir auch noch rein. Und dann? Du-du-du-du-du-du-du. Jetzt packt sie wieder, ne? Jetzt gibt es keine Batterien mehr hier. Es ist, oh scheiße, es ist Sonntag, jetzt wo ich auf die Idee komme, dass ich, oh man, das sieht mir geil. Äh, ich dachte mir geil, da kann ich doch Ding machen, ähm, so eine Teile abgeben, äh, diese Truhen aufmachen und alles. Seetank 10, das ist 1, das ist 1. Da brauche ich aus mir und Bahn, das kann ich eh vergessen. Automatische Ernte ist mein wichtigstes Teil, Gold, Seetank 1, 1, 1, da hätten wir auf jeden Fall genug. Sehr gut. Da hätten wir noch keine Schneeglöckchen. Was ist das da? Grünkohl! Fehlt trotzdem noch Schneeglöckchen und noch irgendwas. Ja, wir sind ja erst bei 10, Alter, das sind 30 Levels, was wir noch nennen müssen. Ja, ich komme hier nicht weg. Was ist das? Seitiges Fell. Was ist das? Seitiges Fell. Das Gold sollte man schon mitnehmen, wenn er in der Nähe ist. Das Gold sollte man schon mitnehmen, wenn er in der Nähe ist. Wir müssen noch mal gelingen, aber nochmal nachschauen, was das nächstgrößere Haus kosten würde. Alter! 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 Ah, sehr schön. Was ist das da unten? Ein Ballwurf? Ich bin nur die mal einfach weiter geht's. Oh, was mache ich eigentlich? Muss er gar kein Loch finden. Ich würde am liebsten... ...das eher mit Dynamit lösen. Aber was kostet denn Dynamit nochmal? Silber. Ja, machen könnten wir schon. Aber ich glaube, das machen wir dann erst, wenn uns die Ausdauer ausgeht. Ja, und tschüss. Uh, das habe ich noch nie gehabt. Glaub ich. Sammler-Ring. Warte, warte, was macht der? Sammeln von Gegenständen. Schaden komplett zu blocken, wenn der das sieht. Vor allem in einem Spiel, wo du so viel Energie hast und die Gegner so wenig abziehen. Ist das da hinten Megaschleim? Was ich so für? Um, ganz schön, da hinten Après. Also bringt die Vattenchleim? Das ist aber ganz schön. Ah! Also der Megaschleim ist nicht stark, aber er schmeißt andere Schleime rum. Ach, das ist ein Pilz, was die drauf haben. Ich dachte jetzt schon, warum die ein Sombrero haben. Oh, da ist so ein Ding. Wenn ich sehe, gibt es keinen unterschiedlichen Grad an Erzen. Oh, da ist so ein Ding. Alter, das geht halt rucki zucki und das nächste. Oh, da ist so ein Ding. Oh, da ist so ein Ding. Oh, da ist so ein Ding. Das ist relativ oft am Anfang, das Ding. Da explodiert was. Aber das war ja bloß. Das ist das Atefakt. Bei 28. Bis du mir gelaufen bist, da bin ich schon dreimal weg. Soll ich gar nicht sagen, müsste ich mich jetzt eigentlich verarschen. Oh, da ist so ein Ding. Sehr gut. Mehr Jambu Jambu. Naja, 40 schaffen wir nicht ganz, aber dann schaffen wir eigentlich schon am nächsten Tag. Wie viel Stein haben wir jetzt? 448 und für das Seil brauche ich? 200. 200. Hallo? So. Alter, das wenn jetzt abgestürzt wäre. Ich glaube, ich könnte einfach aufgehören. Das wäre jetzt, wenn jetzt wirklich abgestürzt wäre. Ich könnte dann einfach aufgehören beim Bockwerk haben. Echt nur 66 Gold? Für mich, wenn ich schon so viel gesammelt hätte, ey. Wobei es trotzdem viel ist, für das ich halt echt immer wieder einiges auslasse. Übblek. Ich würdeegang. Tss. Falsche. Sie ist einfach ganz sicher. Woh! Woh! Pflussle. Woh! 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 Sehr gut. Alter, wie geil. Geh mal zurück, denn wir müssen jetzt nicht unbedingt das komplett bis runter schaffen. Wobei ich das sowieso schon nicht erwartet habe, dass wir es bis runter schaffen. Ich habe nicht mal gedacht, dass wir vielleicht die Hälfte schaffen. Jade, bereits gespendet. Warte mal, da ist auch ein Goldfossil. Den können wir hier reintun. Die Monsteressenz kann hier rein. Dunkelessenz. Verströmt dunkle Nebel. Wo ist meine Artefaktbox? Ist das da? Ja. Wo war denn das Ding fürs Essen? Das da? Ja. Backroll Level 8. etwas hat letzte nacht eine farm bewässert die vogelscheuche warte mal hatte ich nicht da hatte ich noch eine dynamite hatte ich auch nur zwei ok Nun könnt ihr nicht das andere Heul fressen, was eigentlich sowieso überall rumliegt. Das ist mir jetzt gerade schon wieder aufgefallen. Jetzt steigert sich meine Kohle so nach und nach auch schon bis auf 90.000. Wobei natürlich auch 3.000 mit Ding ist. Ich bin gespannt, wo der Feuerriese dann eigentlich ist. Hä? War ich nicht bei 35? Oh ja, die letzten Zellen ja nicht. Die letzten 10 musst du komplett runter. Ach shit. Jetzt müssen wir die Dinger Nummer 5 nochmal runter gehen. Jedes fucking Mal, ey. Was war das jetzt? Das sieht es aber auch so... Ah ja stimmt, da war ja am Schluss bloß wieder ein Seil, warum der ging, ne? Das vergesse ich aber jedes Mal, warum er das so gemacht hat. Das finde ich immer noch bescheuert. Ja. 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 Und jetzt haben wir natürlich totales Pech, ey. Dämliches Drecksding. Aber jetzt ignoriere ich einfach alles. Das ist einfach nur ne... Ja. 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 Jaja. Da wird die Dingeroque immer alles... Wobei, da machen jetzt auf jeden Fall sowas Sinn. Da, die machen dann hier sowas und dann musst du gleich weitergehen. Das ist doch voll für den Arsch. Wahrscheinlich nur, damit du halt... Vor allem die meisten Leute werden halt damit verarscht einfach. Das ist nicht so, dass du weißt, dass das dann so ist. Klar, es geht kein Aufzug runter, aber du denkst halt im Moment nicht drüber nach. Oh, dafür gibt es jetzt richtig zügig Vorrat in 38? 39, gleich sind wir durch. Oh, jetzt mache ich mich nicht unglücklich hier. Ah, und fertig. Bada-Boom. Bada-Boom. Dass er jedes Mal schauen muss, lang doch einfach hin wie die Ersten. ... ... Wider gemacht, Menschlein. Zerbrochene Fluttafel, du hast. gru frei sein soll nach oben wir gehen prüfen ja deswegen du alleine gehen und ich nur so tun wie wenn mitgehen und wieder zurückgehen ich mache ok finde den feuer riesen wer kann fliegen der sack gru chef gru fröhlich fröhlich so fröhlich gru kann wusch wer das häuptling ja dieses menschlein bereit hat dich wo danke menschlein gru jetzt ab zwischen wegen menschlein aber häuptling wo andere grog und gong sind im dorf nur zwei moment mal menschlein gehen in feuertor ja das bringe ich mir noch immer nicht wissen ursache von stein gefährlich feuer kann sein was vorher nicht gefährlich feuer gut feuer kochen lecker essen aber feuer brennt feuer tut weh tut gong rock mhm feuer ist unvorhersehbar vier riesen betreten die mine sehen aber nur drei statuen vorsicht sein menschlein erinnern muss mit dem feuertor menschlein finden andere riesen oder wird zu stein also gibt es mehr riesen ja es gibt andere bei können wir suchen sicher sein in feuertor so viel gehen grog rock der einzige wo ein bisschen groß ist der erste den wir befreit haben weil los geht es alle hätt ich gesagt ah scheiße die steine schon anders aus die gehen ja auch mit einem schlag kaputt äh okay ich bin ein bisschen enttäuscht da können wir uns gleich darüber arbeiten oder großes ziel sein und dann bis 40 gehen auf das in die in 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 Ah, und da sind noch Feueressenzzeug, wobei ich bisher eigentlich immer noch nie... Uh, da oben ist Osman, ich hab keine Ahnung, wenn ich mich geißen habe. Oh! Uh, das machen wir dann lieber so. Jetzt habe ich dann keine Bomben mehr. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir das in zwei Tagen. Eigentlich wollte ich das heute Abend nicht mehr machen, aber... Wie viel haben wir jetzt? 21. Ja, wir sollten schon noch einmal was mitnehmen. Ja, wir sollten noch einmal was mitnehmen. Warum schaut denn die Hülle jetzt so aus? Da liegt zwar eins, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, Zeug zu verwenden. Was ist das da eigentlich? Nix. Dekoration. Alter. 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 Warte mal, ich habe doch da ein Ding. Das habe ich eingepackt. Soll ich jetzt sagen? Ja, willst du mich jetzt verarschen? Schau mal, dass du Zinne machst. Also, was wäre ich so runde? Sprengstoff 3? Zehn Stück? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Toll driver.